Und wir spielen gegen McGuinness und Feuertypen. Und wir haben jetzt Vendicta, Seven ist mit dem Gegner-Team. Haze wird halt bitter. Aber Haze mit Warden Gutes kann ich glaube ich Warden einfach Haze am Anfang töten. Punkt. Ich will sie ja gar nicht pushen. Ist ja gut wenn es zu uns pusht, dann können wir besser Kontrolle darüber welche Lastits wir nehmen können. Ich will nicht gneiden, danke. Gut. 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 um 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 Hey, sie harassen mich viel. Ich habe das Gefühl, er macht gar nichts auf die Minions. Er macht nur die Gegner. Und was macht das nochmal? Oh, Project Mind teleport to other teleport, mich selbst, ja. Das ist echt schwierig hier gegen die Jungs. Muss ja dringend eigentlich mal einkaufen, ne? Deswegen haben die wahrscheinlich deutlich mehr... Was man manchmal nicht vorbeischießen kann, ist ein bisschen nervig. Ich liebe diese Tricks. Das wird Spaß machen. Ich fahm dir drin, wa? Ja. Gib mir mal das Healing Ride. Ich bin tot, mein Freund. Wir lösen die den Astrid Securen. Du brennst wieder mal, wa? Ja. Der macht irgendwie gar nichts mehr in den Lasted's, Mann. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie... Secured. Er läuft mir einfach wieder ins Gesicht. Das kommt in vielen Formen. Okay, das ist daran explodiert, ich nicht gedacht. Oh, hallo. So. 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 « Cool, dass er das dann nicht hittet. Jetzt darf ich nicht healing writen. Du sollst rühren. Ich verstehe. Ich bin ein Wettbewerb. Meine Meinung ist ein Wettbewerb. Ja, du schießt irgendwie nicht mehr, wenn die das haben, oder was? Das kommt in vielen Formen. Kann man sich durch die Wall durchballern? Wenn ich sie nochmal angreifen könnte... Man, warum level ich eigentlich nicht meine 4, die ist doch super wichtig. Da kommt ein Kreischkreisch. Oh? Das ist natürlich unangenehm. Vor allen Dingen, wenn wir hier rausgehen... Fleetwood, 1. Switch of Power, Spirit Armor, Glaskannon, Lucky Shot... Oh Gott. Hm. Kann ich mal bug ein bisschen in die Anzeige, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Es geht in Broadway. Ich weiß nicht. Oh Gott, was ich? Auf den Weg. Oh Gott, was ich schütze? Oh Gott, was ich? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin in der Nähe der Karte raus. Wups. Ist er permanent irgendwo in meiner Nähe bedingend wird? Macht mich ein bisschen fertig. Oh nein! Ich dachte wieder, wir gehen drauf. Hey Greytailer, ich dachte, du wirst mir helfen. Ich habe ihn gestoppt. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Jetzt sind wir einfach verreckt. Einfach verreckt für die ganze Sache. Wir kriegen Hilfe und wir sterben. Ich mag den Wishes irgendwie nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, es läuft nicht, was der macht. Und Purple kriegt auch auf den Sack. Achso, weil da einfach Leute rüberkontaktiert sind. Jetzt seid ihr besucht. Ich bin der Hift auf der Seite. Ich glaube nicht. Ich bin der holders in der Hift. Wir haben einen sicher. Ich bin der nicht. Vor allem nicht jetzt, wo sie es gerade raus haben. Dann will ich vielleicht auch da rein. Dann will ich vielleicht doch da rein. Das ist ein bisschen blöd, dass es einfach hier in die... ins Leere genau... Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Careful, 7 coming to blue. Warum ist es kind of gelb? Warum ist nobody taking yellow? Oh! Okay. Oh Gott, das ist riesig, das AOE. Oof! Oof! That comes in many forms. And it's yellow. They will no fear. Hey, great hail on this time, okay. Even mal sein Zeug. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Karte raus. Sind wir wieder alle hier, oder was? Find einen höheren Grund. Dann nehme ich doch die Urne. Thanks for the pickup. Wenn alle hier sind. I'm taking the Urne. Please don't fight it. If you don't need to. Ah shit, da ist ein Lash hinten bei der Urne. Later. Hoffentlich pusht er weiter rein. Oh! Oh, okay. Oh,핑er. Nein! Oh, nein! Kannst du Lash wegskaren? Dann kann ich die ohne machen. Du kennst keinen Weg, dass du mich nicht verletzt hast, ja? Unsere Geräte hat sich verletzt. Lash, Lash, Lash. Wann wirst du lernen? Das ist ziemlich großartig. Warten, vorsichtig, ich muss kaufen. Okay. So, Lucky Short hätte ich gerne. Und Spirit Armor gegen das Team. Wahrscheinlich schon Spirit Armor. Das ist schon ganz gut, damit ich länger überleben kann. Okay. I don't miss it. Now, where are you? I'm coming to you, Warden. Good job, thanks. I'm telling you you're alone right now, careful. Nice. I'm coming to you, Warden. You've been defeated. McGuinness is doing what McGuinness is doing. We should have yellow. I'm coming to 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 yellow. Du bist mir. Du bist mir. Okay. Ich musste meine alte Defensive einsetzen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Warum hat das einen Luftsprung? Das darf doch kein Luftsprung sein. Das Gefühl, ich muss mehr mit einem Team arbeiten. Ich laufe gerade an die Seite, wo kein Team ist. Ich bin sehr smart. Das ist eine Sündung. Ich hasse es. Danke, Leute. Ich muss sie in der Basis heilen. Oh, da wurde ich noch gerettet, Alter. Holy shit, man. Ähm, Krippling Headshot, Escalating Resilience, Knockdown, Glyph, Go Gun, Go Big Boom. Ich nehme dann wohl. Sollte jetzt insane Damage haben. Ups. Ups. Ah, shit, man. Ich war da alleine. Ich habe ihn zwar noch gekriegt, aber shit, ey. Habe ich eigentlich Lifestyle? Ne, ne? Worst Fall. Ich habe keinen Lifestyle. Äh, Spirit Lifestyle? Ne. Hä? Ach doch, Bullet Lifestyle habe ich schon. Soul Shrider Bullet ist Bullshit für mich. Ich habe wieder irgendwie meinen Caps Lock an. Enduring Speed, ich habe keine Slots frei. Ammo Scavenger, kann ich auch das machen. Die Divine Barrier. Provided targeted Bullshit Shield, Spirit Shield und Bewegung Speed. Kann selbst kast. Hat leider keine... Keine Sachen frei dafür. Okay, die machen viel zu viel Damage. Holy. Da konnte ich nicht rein. Ich dachte wir gehen da alle rein, aber wir gehen da nicht rein. Okay, jetzt haben wir einen Kill Assisten gekriegt. Aber das war es definitiv nicht wert. Das war dumm. Das war dumm. Pfff... Reactive Barrier... Bundesbegründung wenn du bist im Movement lockt. Stunt Chain, Immobilist es klappt. Das ist nur gegen Haze gut. Wir haben halt keine Slots mehr frei. Wir müssen dann was verkaufen. Healing Ride könnten wir wahrscheinlich verkaufen. Und da wir die Reactive Barrier reinnehmen, genauso wie wir extra Regen eventuell verkaufen können. Und da wir den Sprint Speed reinnehmen, glaube ich die bessere Wahl. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich habe bei Lila noch einen Camp ab. Okay, wir haben zwei abgewiesen. We need to regroup guys, otherwise we can farm, äh we can feed them. We need to regroup guys. Mehr Munition, das nehme ich doch gerne. Mehr Seelen. Das Gefühl, er ist noch nicht so richtig dabei. Ich sehe sieben. Ja. Schön, dass du ihn siehst. Taylor, ich bin bemerkbar, wir sind nur zwei. Und wir wissen nicht, wo die füger準en sind. Okay. Ich sehe ihn. das ist halt insane was ich dadurch brutzeln kann an damage jetzt die ziehen sich alle zurück sich alle zurückgezogen dann soll ich das auch tun wir haben keine Pressure auf der map keine ahnung search of power ethershift wahrscheinlich ich Ich habe einen Schlag. Er ist nur auf mich, oder? Ich muss raus, Leute. Sehr schön. Ja. Glücklich, dass ich das alte überlebt habe. Aber wir haben dafür was bekommen. Wir haben ihren Walker bekommen, während alle daneben standen. Also, was das angeht. Soy Destroy. Buy against Pocket Yamato. Vegan Items for Soy Boy like me. Crippling Headshot. Ich bin halt schon ziemlich online in dem ganzen Game. Ich sehe McInnis. Hallo. Die haben die Urne gemacht in der Zeit. Das war irgendwie abzusehen. Ich habe keine Rikorette. Ich mache meine eigene Möglichkeiten. Ich kann sie alle rund um mich jetzt, wenn ich in gehe. Ich kann sie alle rund um mich jetzt, wenn ich in gehe. Ich muss das kriegen. Ich muss das kriegen. Nice. Ich bin ein Kanzinesin. Ich bin ein Kanzinesin. Ich darf das nicht. Ich kann es nicht mehr. Es wird es sein. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal wie weit wir hier rüberkommen. Gibt es ja auch einen Jump. Hui. Ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn bekommen. Ich bin nur aufgewachsen. Danke. Ich sollte hier eigentlich raus. Wieder zurückziehen. Ich habe kein Leben mehr. Gibt es hier irgendwo. Da, 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 da. Creepcamp. Die Alternative zum Healen. Ja, Creepcamp. Sehr schön. Jetzt gehe ich irgendwie wieder runter. Ich habe 7000 Seelen, das sollte ich dringen. Healing Ride kann man auch mal verkaufen nach 20 Minuten. Habe ich doch, oder? Achso, das war wahrscheinlich vorhin. Entschuldigung, ich habe mich in der Weile nicht voll fokussiert. Also Thrain. Habe ich gemacht. Ja, ist schon 8 Minuten her. Lull. Habe ich ja gut auf meinen Chat geachtet. Sie hat es. Wir haben gewonnen. Ich liebe sie. Okay, da waren einfach 3 auf mir. Und ich habe nicht mal gefinisht, glaube ich. Das ist bitter. Und ich hätte vielleicht eher thorough shiften sollen. Das ist nicht so smart. Unstoppable Inhibitor. Das ist wahrscheinlich. Ja. Ja. Crippling Headshot. Bulletin Spirit Resist. Ja, da nehmen wir Crippling Headshot. Geil, dass du keine Flexilus hast. Ja, ja. Habe ich vermutet. Ich überlege, ob ich das Spirit Armor brauche. Achso, ich habe das Spirit Armor. Dann kann ich auch die Improved Spirit Armor. Mal bei Gelegenheit kaufen. Ich koste mich gar keinen Slot. Ich habe eh schon Spirit Armor. Reactive Barrier. Hat leider an der Stelle gar nichts gebracht. Sie nutzen anscheinend so viel auch für mich, dass mein Team dann einfach durchlaufen kann. Und aufruhigen. Unso Inhibitor hat auch 50.000 Seelen. Ich habe in irgendwo 10.000 Seelen plötzlich behind gefallen. Wir haben beides über 35.000 Seelen. Und plötzlich hat sie 10.000 Seelen mehr. Und ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich stirbt sie einfach ein bisschen weniger. Da kann man halt auch ein bisschen mehr fahren. Da hat man ein bisschen mehr Zeit zu fahren. Würde ich behaupten. Wir sind halt wieder super weit vorne. Wie bist du denn hier bei mir? Ich habe hier gar nichts verloren. Bleib wo du bist. Selbst mit deinem Revival Item hast du hier aber nichts verloren. Mehr Ults sehen. Mehr Ults sehen. Von jedem Executer Ults sehen. Okay. Ich gehe mal zu unserem Weg. Das wird gut sein. Ja, hallo. Ich hoffe, ich sehe das nicht wieder. Ich bin max live. Ich bin mid-boss. Ja, wir können das machen. Los geht's, los geht's, los geht's. Ich kann es tanken. Ich kann es tanken. Ich kann ja auch solos machen. Wir haben den Rejuvenator. Wir haben den Rejuvenator. Okay, man muss einen starken Attacker machen. Der einzige dazu, wenn man einen starken... Oh Gott, ich habe 11.000 Seelen. Und ich kann nicht schnell reisen. Nooo. Ich will jedem Executer von der Ult mehr sehen. Auf max level 600 oder so. Okay, das erklärt vielleicht ein bisschen was. Aber es ist trotzdem... So, wir kommen erst mal Improved Spirit Armor. Und wir haben keinen weiteren Flex Slot. Und nichts, was ich glaube ich upgraden kann. Also, Moment. Wir könnten aber mal... Das hier wirklich das Monster Runs verkaufen. Das ist zumindest ein bisschen besser. ỽ.... Äh... Wobei... Halt... Wahrscheinlich... Ich hätte solche ja record rate oder sowas kaufen. Kann ich das noch? Wie viel kriege ich denn für's verkaufen? Ähm... Das... Das... Wenn ich das verkaufe... Versteht denn das wie ich was verkaufe? Ich weiß gar nicht wie... 1500... Ja! Dann will ich das. Und dann will ich... Nein, das war übel dumm. Nein, das war übel dumm. Ich finde nicht gerade einfach sehen. Ich finde nicht gerade einfach sehen. Naja. Ich habe es nicht gefunden. Aber ich habe das Gefühl, das Game ist eh schon vorbei. Der hat was, was ihn... ...der sich Damage kackt, wenn ich glaube ich. Wir haben nur einen rechts und rechts. Hallo. Hm. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt hier reinpushen dürfen. Guten Tag. Wir sollten mal den blöden Guardian angehen, wa? Ja. 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 Hab ich schon mitgekriegt. Hab ich schon mitbekommen. Ich stehe aber auch 13.5. Gerade eben schon noch 13.4. Ich glaube, das Game ist ziemlich over. 56.000 Seelen hatte ich noch nie. Wir sollten regroupen, Leute. Nicht nur in den Solo. Wir sollten wahrscheinlich den nächsten Mid-Boss nehmen und dann enden das Spiel. Das ist eigentlich generell so ein schnelles Temposchub. Ich habe doch mal ein bisschen Vindictor hier. Ja. Okay. Sie move da irgendwie ein bisschen. Ich bewege mir ein kurzeres Stück aus. Nice. Ich habe das Gefühl, sie haben mich ein bisschen... Sie hassen mich ein bisschen. So insgesamt. Der, der Hate ist real. Hier. Bleib bei dir! Bleib bei dir! Mit Hilfe! Danke, Leute. Das ist schon verrückt, wenn so eine Rave einfach reingehen kann und die Leute basically one-hitten. Das war verrückt. Da habe ich mich sogar ziemlich gut gefühlt in dem Game. Da habe ich mich aber... 73.000 Seelen. Ich habe 63.000 Seelen. Und Spielerschaden 61.000. Yo, what the fuck? Ich habe 56.000. Ich habe mich stark gefühlt und die hat einfach noch mehr. Die hat dauernd 10% oben drauf gelegt. Das war ein ziemlicher Stomp. Das war ein ziemlicher Stomp. Wie gesagt, mein GOO-Typ mochte ich nicht so, aber ansonsten war schon ganz okay. Die hier hat, glaube ich, gar nicht viel gemacht. Der war relativ gefährlich, aber die nicht. So hat es sich leider auch angefühlt. Wraith kann schon gut sein, aber bei Wraith musst du sehr genau aufpassen, wie du teleportierst. Wie oft ich mich gegen irgendwelche Kanten teleportiere, ist echt nicht nett. Gab es noch was? Also wir haben hier... Auf der Lane war es so relativ ausgeglichen. Die Lanes waren alle relativ ausgeglichen. Die 1 von Wraith... Ja, die habe ich auch nicht mehr benutzt am Ende. Keine Ahnung, wofür wir die benutzen. Die ist am Anfang von Poke ganz nett, aber danach... Ich brauche 3 Ult und Linksklick. So. Und der Teleport ist ganz nett zum rauskommen. Oder reinkommen, je nachdem. Du kannst ja auch reinporten und dann ulten. Aber ansonsten... Keine Ahnung. Also die... Die Lanes waren relativ ausgeglichen. Gefühlt. Von den Seelen her. Hier sind wir 1500. Hier sind wir sogar dann wieder 600 im Nachteil. Hier sind wir auch 600 im Nachteil. Hier sind wir 200 im Vorteil. Also Seelen auf der Lane relativ ausgeglichen. Aber... Ja. Irgendwie sind wir dann eskaliert. Dann haben wir irgendwie ganz gut rotiert. Die Leute haben... Wir haben ein paar mal ziemlich gut zusammen gespielt. Da haben die Leute auch gut zu mir rotiert, um mich zu retten. Also... Ich glaube hauptsächlich das Teamwork war es dann, dass die Leute... Auf die Map geguckt haben und gesehen haben... Okay, da wird was passieren. Ich rotiere mal da drüber. Heilung. 30.000 Heilung. What? Okay. Okay. Okay.